Kürtfix... Kürtfixen... Kürtfixsonnen wird sterben in der nächsten Folge. Also machen wir jetzt kurz die ganze Map, kurz angucken. Vielleicht ein bisschen... Vielleicht werden wir auch ein bisschen rumeilbar. Und Mensch... Mensch und Smile, wir können feiern, wir haben 67 Videos. Okay, da hinten ist irgendwas los. Warum sind da Raben? Da gehen wir jetzt mal kurz was gucken. Da hinten, wo die Raben gerade waren, falls ihr es gesehen habt. Oh, kommst du denn hier? Oh, kommst du denn hier? Was ist denn das hier? Nicht nach verbranntem Torf. Was ist das? Dann, wo bin ich denn hier gelandet? Oh! 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 Ich kann mich noch nicht so oft sch... Alter! going once! Herr Heinz... ich wollte doch was nachschlagen okay die gibt es wirklich okay okay kann sich mal zusammenreißen ich bin ja nur ein spiel okay jetzt müssen wir wenigstens das sind einfach nur flüche sind jetzt wissen wir dass wir nachkehren der von kürtes kürt wissen kürt wie sonn der bosca nachdem wir den umgebracht haben kommen die ich hoffe ich kann einfach aufhauen okay okay hier ist ein krasser boss kampf den gibt es jetzt zurück der von kürt wissen kürt wie sonn kürt wie der grausame haben wir getötet wir haben so viele templar getötet ohne knall jetzt machen wir was mit stärk 160 und wir haben ich mache das ja immer so riskant und ich weiß schon genau und wenn es geheimes der meist genauso wie vorhin bei den kampf gegen den kompass der kompass ist ja auch sehr schnell gestorben weil ich in entfernung von ihnen gegangen bin weil echt jetzt wo er drin war war echt anstrengend und wir machen glaube ich die drei schwestern erst nachdem wir stärke 100 erreicht haben oder stärke 120 dann machen wir alle machen wir die beiden es sind drei schwestern insgesamt um odins rüstung frei zu scheiden also tors rüstung meinte ich drei klingen und dann können wir schon die erste götterwaffe holen und das würde ich halt nochmal machen mit euch auch alle götterwaffen zu holen ich weiß auch wo die späer ist ich weiß wo die ganzen waffen ludwigs es kann ich auch holen so viel zorn wie ich es selten sah was für zorn sind doch hier das interessiert mich gerade im moment was bietest du halt kauf was bietest du heute an hast du was neues kauf ein schönen tag noch fremde nasser nicht wahr das ist dasselbe du musst dich bei den agon leitet das neue lager 1 vorweg gibt nur den befehl auf nach wenn land spring rein auf nach finland bin land finland ich glaube das ist jetzt finland wo wir jetzt in reich um zu töten sie wir rache den kriegst die rache 160 stärke 160 wir werden jetzt oft sterben es sei denn wir strengen uns an und es sei denn er hat kein schwert und schild wenn er schwert und schild hat dann noch mehr natürlich diese speziell fähigkeiten wenn wir ihn versammeln kommt der von kürt wesson ich glaube gehört wie der kürt wies der kürt wie der grausame ich glaube der wäre richtig 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 traurig wenn sein so ein ding ihr verkackt was was soll das jetzt sehe ich aus wie ein ganz normaler mensch ich hab noch eine waffe ach du scheiße drei kalte wochen auf der wahlstraße vorbei an eisbergen und steinreichen durch sager lande ein weiter weg nur mein mann zu töten gorm kürt wieson sohn des erzfeindes meines vaters welch düstere taten führen den orden so weit über das offene meer herzhaft sie hat sich die röste ausgezogen genau ist noch video ja mann mei ta jetzt habe ich mir wieder schr 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 Mit diesem Olaf-Finder, kann er mir vielleicht sagen, wo Gorn ist. Was siehst du da oben, Sühnen? Nice. Hm? Nimm dir eine Schaufel auf Bonds Lager. Von wegen. Hast du das Lager mal gesehen? Es ist ein einziges Durcheinander. Wenn es ein Durcheinander ist, dann räum auf. Hm. Jemand brach durch diese Wand. Jemand brach hier durch. Sorgte für ziemliche Unordnung. Vielleicht kam Olaf hier lang. Ich bin bemerklich. Wach, ich bin wichtig. Dann kannst du das Lager noch an. Wach, ich bin lieber in mir. Ich bin lieber in mir. Ich bin lieber in mir. Möge in mir. Ich bin lieber in mir. Ich bin lieber in mir. Wir werden die Wand in mir. Ich bin lieber in mir. Ich bin lieber in mir. Es ist ein прав Vamos. ich habe nicht mal eine gute waffel ich habe überhaupt keine waffe kann wurde war ich so wenig schaden macht fußabdrücke vielleicht oder kann ich eigentlich zurückreißen oder valhalla spielt jetzt in finland winland es ist so still wir haben uns ein gebäude aus stein ja 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 Kleidung. Bin ich noch in Mitgleich?